Übung 6 Deutsch Auf Deutsch Wie heißt das auf Deutsch? Zwei Deutsch Auf Deutsch Was ist das auf Deutsch? Drei Bitte? Wie bitte? Entschuldigung, wie bitte? Vier Wiederholen Bitte wiederholen Können Sie das bitte wiederholen? Fünf Buchstabieren Bitte buchstabieren Können Sie das bitte buchstabieren? Sechs Anschreiben Bitte anschreiben Können Sie das bitte anschreiben? Bitte anschreiben